Einfach weg! Wait, lass mal nochmal machen und ich springe! Ja, es funktioniert glaube ich nur bei Entity, also so Kühe und so leider. Aber das ist so schnell... Oh mein Gott, Boxo, schlag die Kuh! Oh nein, ähm, verdammt. Schlag die Kuh, während ich ein Spectator in der Kuh bin, go! Die wurde bis in die Wüste geschleudert, gegen ne Wand! Digger WCF! Das waren 600 Koordinaten, aber die ist nur so weit geflogen, weil jetzt halt ein Berg kam, die werden noch weiter geflogen. Wir machen das nochmal, wir gehen auf maximale...